Der Witz ...wog er sich krumm vor Schmerzen. An der linken Seite fehlte fast ganz sein stolzes Rosinenherze. Neue Hoffnung, auf ungerfältig scheint, geht es neu. Wieder da, in Fritz Erbe, wir, der Extra-Chor Brandenburg. Und wir haben Ihnen heute ein leckeres bisschen mitgebracht, den Sie schon hören konnten. Das Saxophon-Quartett der Musikschule Brandenburg. Wie ist der? Abrasax. Abrasax. Abrasax, den Namen habe ich noch nicht so oft gesagt. Abrasax, das Saxophon-Ensemble der Musikschule Brandenburg. Ganz Weihnachten, wir befinden uns noch in der Adventszeit. So sollen die ersten vier Lieder, die wir für Sie mitgebracht haben, auch wirkliche Adventslieder sein. Und die wir singen eigentlich jeden Adventssonntag. Macht hoch die Tür für den ersten Advents. Dann müssen wir jetzt einen Stuhl stellen. Machen wir aber nicht. Es kommt ein Schiff geladen. Das ist eigentlich der dritte Advents. Oh, Heiland reist die Himmel auf. Das war heute dran. Der zweite Advents und der vierte Advents. Wir haben es ein bisschen durchgemischt. Es wird Ihnen Freude machen. Wir haben es ein bisschen durchgemischt. Wir haben es ein bisschen weggebracht. Wir haben es schon mal offen. Wir haben es schon mal wasfen. Wir haben es schon mal gewöhnt. Musik Musik Musik